Die Bundesregierung will ihre Ukraine-Hilfe weiter erhöhen, und zwar um knapp 400 Millionen Euro. Das Bundesfinanzministerium hat das beim Haushaltsausschuss beantragt. Bisher hatte die FDP-geführte Behörde wegen der schwierigen Haushaltssituation weitere Hilfen abgelehnt. Da sich die Lage in der Ukraine aber verschlechtert habe, besteht die Gefahr, dass das Land ohne weitere Unterstützung ihren Verteidigungskampf verliere, hieß es aus dem Ministerium. Alexa, Wetter. In Berlin beträgt die Temperatur momentan 13 Grad Celsius bei klarem Himmel und Sonne. Heute ist das Wetter voraussichtlich unverändert, mit einer Höchsttemperatur von 23 Grad und einer Tiefstemperatur von 10 Grad. Alexa, Wetter für morgen. Morgen ist das Wetter in Berlin sehr sonnig mit einer Höchsttemperatur von 23 Grad Celsius und einer Tiefstemperatur von 10 Grad. Und Alexa, Spruch des Tages. Hier ist der Spruch des Tages für den 20. September von Thomas Jefferson. Wenn du etwas willst, das du noch nie hattest, musst du bereit sein, etwas zu tun, was du noch nie getan hast. Wie wahr. Und ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Passt auf euch auf und kommt gesund durch den Irrsinn. Salü hier aus Berlin. Alexa, danke. Es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre.